Den 2. November 1805 Ich bin in Wollermarsch begriffen, es ist sehr kalt und die Erde ist ein Fußhock mit Schnee bedeckt. Das ist ein wenig harte. Glücklicherweise fällt es nicht an Holz, denn wir sind hier immer in Wäldern. Ich befinde mich ziemlich wohl. Meine Sachen gehen zu meiner Sofriedenheit und meine Feinde müssen besorgt sein, als ich. Ich sehe mich, Nachrichten von dir zu bekommen und zu erfahren, dass du ohne Unruhe bist. Lebe wohl, meine Freunde, ich will zu Bett gehen. Den 5. November 1805 Ich bin zu links, das Wetter ist schon, wie es in 28 Löse von Wien. Die Russen halten nicht aus, sie sind in Wollermarsch begriffen. Das Haus wird reichreist, sehr verlegen. Mein Schaft von Wien, das ganze Gepäck des Hofes fort. Wahrscheinlich gibt es binnen hier und 5 oder 6 Tagen etwas Neues. Ich wünsche sehr, dich wieder zu sehen. Meine Gesundheit ist gut. Ich umarmer dich. Den 15. November 1805 Ich bin seit zwei Tagen in Wien, meine treue Freundin und etwas abgemattet. Ich habe die Stadt noch nie am Tage gesehen. Ich bin nur bei Nacht herumgegangen. Morgen empfange ich dich stände und ich verschiedene Behörden. Fast alle meine Truppen sind gesäuze der Donau und wir folgen die Russen. Lebe wohl, meine Josefin, sobald es möglich ist, lass ich dich kommen. Ich schreibe an Herrn von Harwell, dass du ab Reisen und dich über Baden und Stuttgart nach Munchen begeben sollst. Du wirst in Stuttgart der Prinzessin Paul den Schmuck übergeben. Es ist genug, wenn du hier so 15.000 bis 20.000 Franken verwendest, das übrige Markt. Also dienen in Munchen den Trocktern der Köpfüsten von Bayern Geschenke zu machen. Alles, was du durch Frau von Serent erfahren hast, ist vollkommen berechtigt. Nimm das nötige Mittel um den Damen und Beamten, welche Dienste bei dir haben, Geschicke machen zu können. Sei artig, nimm aber alle Schuldigungen an, denn man ist dir alles schuldig. Und du bist niemandem etwas schuldig, als was du aus Hofflichkeit gewähren willst. Die Köpfüsten von Württemberg ist ein Doktor des Königs von England. Sie ist eine gute Frau und du musst sie auch gut, aber ohne Zwang behandeln. Ich werde mich freuen, dich zu sehen, sobald meine Geschäfte es erlauben. Ich gehe zu meinem Abendgarn. Es ist ein schreckliches Wetter und schneidestark. Übrigens gehen mein Engel, Gereitengut, lebe voll meine treue Freunde. Aus der letzten 2. Dezember 18105. Ich habe Lebrun von Schlagfeld aus dem Deck abgeschickt. Ich habe die von den beiden Kaisern befähigte, russisch-österreichisch-Army geschlagen. Ich habe mich etwas eingestrengt und bei ziemlich kalten, nackten 8 Tagen unter freiem Himmel bewegt. Ich übernachte heute im Schloss den Fürsten Graunitz, wo ich zwei oder drei Stunden schlafen werde. Die russische Armee ist nicht bloß geschlagen, sondern vernichtet. Ich umarme dich.